Hallo, herzlich willkommen bei der Real Value Society. Wir zeigen euch, wie man mit Krypto echte Werte aufbaut. Wir sind heute an einem wichtigen Thema dran, nämlich das Thema, wie kann ich eigentlich Kryptos kaufen, wie komme ich an Bitcoin und Altcoins, über Exchanger, über Kryptobörsen. Davon stellen wir euch jetzt gleich mal fünf vor. Wie kann man überhaupt an Kryptos rankommen? Das tun wir gleich, aber vorweg natürlich der wichtige Hinweis, wir sind natürlich keine Vermögens- oder Investmentberatung. Deshalb, ob du Kryptos kaufen willst, entscheide bitte für dich selber. Wir sagen dir nicht, ob du das tun sollst oder nicht, sondern wir zeigen dir nur mal Möglichkeiten, wie man das tun kann. So, wir haben also die Situation, ihr wollt Kryptos kaufen und um das zu tun, braucht man einen Platz, einen Ort, wo man das tun kann. Und sowas nennt sich Exchanger oder Kryptobörse und die gibt es im Web oder als App. Um da aber aktiv werden zu können, müsst ihr natürlich irgendwo erst mal Geld dahin bringen, also Euros zum Beispiel. Und das ist in der Regel über das Bankkonto, da kann man einzahlen und sich auch im Zweifel wieder Geld auszahlen lassen, wenn man Krypto wieder zurücktauscht. Das ist auch ein wichtiger Punkt, ob das überhaupt möglich ist bei der Beurteilung, wie so eine Börse geeignet ist oder nicht. Ja, und dann gibt es aber natürlich noch eine andere Aktion, die ich hier mit nennen möchte, nämlich, wenn ihr die Coins dort habt und die nicht einfach schnell wieder verkauft, sondern die behalten möchtet. Ihr wollt also hoddeln, wie man das nennt, die Coins festhalten für lange Zeit. Dann gibt es ein Wallet, dein externes Wallet. Das kann sowohl digital sein, als auch in einer Form von Hardware. Können wir euch in einem anderen Video nochmal zeigen. Deswegen, da kann man die Coins hintransferieren und auch zurück zum Exchanger, weil es ist relativ wichtig, auf Dauer bei den Exchanger nicht die Coins, zumindest große Mengen Coins liegen zu lassen, weil dann sind sie letzten Endes in der Verwaltung von anderen, gehören euch also nicht so richtig. Und gerade bei Krypto sagt man ja, es geht darum, auch die Kontrolle über sein eigenes Geld, über seine eigenen Vermögenswerte zu haben. Deshalb ist es sinnvoll, langfristig die Auszahlung auch an ein eigenes Wallet sicherzustellen. Und da könnt ihr auch gucken, ein weiteres Kriterium, ob eine Börse geeignet ist, erlaubt eine Kryptobörse die Auszahlung an dein eigenes Wallet. Okay, jetzt gucken wir uns mal die erste Lösung an. Das wäre Bison. Das ist eine App, die ist hier mal eine Ansicht. Das ist ein Screenshot, der dort auf der Webseite auch verfügbar ist. Nicht wundern, die Kurse sind natürlich viel, viel älter. Nicht jetzt darauf gucken, sondern nur mal so ein Look and Feel kriegen. Bison ist nur als App verfügbar. Das ist auch etwas Besonderes. Was allerdings schön ist, ist man kann es einfach mit einem App Store sehr schnell für Smartphones sich installieren und kann dann auch erstmal mit so einer Testversion probieren. Man kann also mit Spielgeld mal einfach Handel simulieren und dann jederzeit auf Echtgeld wechseln. Was sind so ein bisschen die Vor- und Nachteile von Bison? Hier seht ihr die mal. Wir haben einerseits, wie gerade gesagt, ist das Ding schnell eingerichtet und wir haben einerseits den Sitz in Deutschland, gehört zur Börse Stuttgart, die dahinter steckt. Das heißt, das ist auch reguliert. Andererseits ist es auch leicht bedienbar und es bietet sogar einen kleinen Steuerreport am Ende des Jahres, der euch nochmal eine Übersicht gibt, wie viel ihr an Krypto-Gewinnen gemacht habt, wenn ihr welche gemacht habt und ob ihr dann Steuern zahlen müsst. Aber es gibt auch Nachteile. Manche Leute finden das ja nicht gut, alles nur auf dem Smartphone zu machen, gerade wenn ihr denkt an die Überweisung, von der ich gesprochen habe. Wenn ihr sozusagen Coins überweist, also Coins transferiert an ein Wallet, dann hat man recht lange Wallet-Adressen, die eben aus vielen Zeichen bestehen und das alles mobil einzutippen, weiß nicht jedermanns Sache. Also überlegt, ob ihr mit einer reinen Mobil-App leben könnt. Ein weiterer Punkt, den man eher auf der Negativseite sehen muss, sind, dass es recht hohe Gebühren hat oder eher hohe Gebühren beim Handel. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und es gibt nur fünf Coins zur Auswahl. Bitcoin, Ethereum, ich glaube Bitcoin Cash noch und Litecoin und XRP. Das ist für den Anfang völlig okay, aber wenn ihr ein bisschen mehr machen wollt, wird das euch irgendwann wahrscheinlich ein bisschen zu eng. Nichtsdestotrotz, es ist eine gute Einsteiger-App. Wir haben die auch selber getestet, wie übrigens von den fünf Lösungen, die wir euch zeigen, wir vier alle selbst ausprobiert haben. Insofern, die grundlegende Erfahrung ist hier eher positiv. So, das hier ist die Webseite, ein Screenshot von Bitcoin.de. Das ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, eine deutsche Domain. Das ist auch in Deutschland, glaube ich, die älteste Handelsbörse für Krypto in Deutschland. Die gibt es auch mit einer mobilen App. Es gibt eben diese Desktop-Ansicht und eine mobile Applikation dazu. Ja, man kann, glaube ich, relativ schnell sagen, der Look and Feel ist jetzt nicht der allerneueste. Das müsst ihr für euch entscheiden, ob ihr das wollt. Ansonsten haben sie ähnlich viel oder wenig Auswahl wie die Bison-App. Man kann auch hier Bitcoin handeln. Man kann hier Bitcoin Cash handeln gegen Euro. Dazu noch Bitcoin Gold, glaube ich, Bitcoin SV, Ethereum, Litecoin und XRP. Das heißt, es sind ein paar Handelspaare nur und das ist natürlich eine erstmal übersichtbare, überschaubare Auswahl. Gucken wir auch hier auf die Vor- und Nachteile. Es ist durchaus auch übersichtlich. Es ist aus Deutschland, also es ist auch gut reguliert. Warum ist es überhaupt interessant, reguliert oder nicht reguliert? Ja, wenn ihr irgendwann mal einen Vorgang habt, wo ihr nicht einverstanden habt, solltet ihr in einen Streit geraten. Es ist so, als wenn ihr mit eurer Bank euch streitet und die Bank sitzt auf den Virgin Islands. Dann könnt ihr die verklagen, da wird die drüber lachen. In Deutschland sieht das anders aus. Da habt ihr den Verbraucherschutz und so weiter. Das heißt, das ist schon nicht ganz doof, das reguliert zu haben. Aber es ist natürlich auch nicht der Fall, dass wir andauernd irgendwelche Vorfälle haben, wo man sich jetzt mit seiner Bank oder auch mit seinem Krypto-Exchanger streitet. Aber ein Punkt, den wir auf jeden Fall mit auf der Liste haben. Gucken wir auch noch auf andere Aspekte bei Bitcoin.de. Hohe Gebühren und eher wenig Coins, wie gerade gesehen, stehen so ein bisschen auf der Negativseite. Und was uns angeht hier bei Real Values, wir finden das altbackene Design jetzt auch nicht so ansprechend. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Hier sind wir auf einem Screenshot von Bitpanda. Bitpanda ist eine Kryptobörse, die in Österreich zugelassen ist, also auch im regulierten Rahmen der EU. Das hier ist eine Ansicht hier in Englisch. Die hat allerdings natürlich auch eine deutschsprachige Version. Es wird gegenüber den beiden erstgesehenen Bison und Bitcoin.de wird Bitpanda schon deutlich umfangreicher, bietet also eine Reihe mehr Möglichkeiten. Und da schauen wir auch gleich mal drauf. Wir haben eben eine immer noch übersichtliche Struktur bei gleichzeitig viel größerer Auswahl an Coins. Ich glaube, es sind so über 50 Coins, verschiedene Coins, die ihr handeln könnt. Auch Bitpanda ist reguliert. Wir haben allerdings eben auch hier eher noch hohe Gebühren. Und was ein wichtiger Punkt ist, wo man wirklich darauf achten sollte, da könnt ihr auch mal gucken, bevor ihr überhaupt einen Coin kauft. Einzelne Coins bei Bitpanda kann man an seine Wallets versenden, andere nicht. Und das ist natürlich schon ein negativer Punkt, wenn ihr eure Coins nicht versenden könnt, denn das ist wie eingangs gesagt natürlich ein wichtiger Punkt, um die volle Kontrolle über seine Kryptoassets zu haben. Ja, auch der Kundenservice von Bitpanda ist nicht unbedingt preisverdächtig. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich ein bisschen gebessert, aber da gibt es schon eine ganze Reihe Vorfälle, wo Leute schildern, dass sie ja da nicht so gut sich aufgehoben gefühlt haben. Nichtsdestotrotz, Bitpanda haben wir auch selbst ausprobiert schon in der Vergangenheit. Ist auf jeden Fall durchaus für einen Einsteiger, der gleich ein bisschen mehr Auswahl haben möchte, durchaus eine gute Lösung. Das ist Binance, das ist die größte Exchange für Kryptos der Welt, die größte im Sinne von den meisten Coins. Wir haben ja gerade gesehen, bei Bitpanda zum Beispiel hat man so über 50 Coins, die man handeln kann. Binance hat fast 500. Das ist also extrem viel Auswahl und es hat auch den meisten Umsatz, was Coins angeht. Das ist natürlich ein starkes Argument unter Umständen. Ihr seht hier die App-Ansicht für die Mobile-App. Hier seht ihr mal, wie das auf dem Desktop aussieht und da erkennt man natürlich auch, dass es gleich eine ganz andere Komplexität, das ist ein richtiges Trading-Cockpit. Nicht erschrecken, wer auch mit Aktien schon Erfahrungen gemacht hat, findet sich da relativ schnell ein und auch andere können das natürlich schaffen. Es gibt eine Menge Tutorials auch dazu. Deshalb, nichts ist unmöglich, aber das ist natürlich schon ein anderer Anspruch als jetzt so eine kleine übersichtliche App. Gucken wir mal drauf, was an Vor- und Nachteilen am Ende bei Binance zusammenkommt. Wir haben neben der schon genannten großen, großen Auswahl, die natürlich ein wichtiges Feature ist, auch sehr geringe Gebühren. Und wer von euch mit Trading schon Erfahrung hat und dort Ambitionen hat, wird dort natürlich auch eine Menge Features finden. Man kann also so Trading-Features nutzen, so Stop-Buy-Orders und solche, Stop-Loss-Orders und solche Geschichten. Man kann auch Future- und Margin-Handel machen. Was ist das? Das heißt, ich kann gehebelte und mit geliehenem Geld auch arbeiten. Das ist allerdings etwas, ehrlich, entscheidet für euch selber, aber wir tun das nicht. Und da kann man sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Aber ist dort grundsätzlich möglich, muss man natürlich nicht machen. Man kann auch ganz normal einfach die regulären Coins handeln zum normalen Marktpreis. Es ist teilweise auch Staking möglich, direkt auf Binance. Das ist eine ganz interessante Option. Was ist Staking? Staking ist eine Form, mehr Coins zu bekommen, so eine Art Kryptozinsen. Guckt dazu mal in unsere Videoliste. Wir haben auch ein Video schon mal gemacht, wie man der Inflation in Schnäppchen schlagen kann, indem man Staking macht. Das erklärt dort einiges zu dem Thema. Ist wie gesagt mit einer Reihe Coins direkt auf Binance möglich und sicherlich als Pluspunkt zu sehen. Gucken wir aber auch auf die andere Seite. Da ist aktuell so, dass es keine Euro-Überweisung mehr gibt, also keine Banküberweisung. Das ist natürlich eine relativ unglückliche Geschichte. Aber man kommt immer noch sein Geld auf Binance über die Kreditkarte zum Beispiel. Und man kann natürlich auch von anderen Börsen Kryptos dorthin überweisen. Also wenn ihr zum Beispiel auf Bison Bitcoin gekauft habt, dann könnt ihr die an eure Binance Wallets schicken. Das ginge also. Allerdings, die vielen Funktionen haben eben den Preis, dass sie eine gewisse Komplexität mit sich bringen. Deshalb sicherlich nicht der allererste Anlaufpunkt, wenn du deinen allerersten Bitcoin kaufen magst. Also wäre jetzt auf jeden Fall unsere Einschätzung. Wir selbst arbeiten auch mit Binance, aber die Herausforderung dort klar zu kommen, ist halt schon noch höher als jetzt auf den eingangs genannten, zum Beispiel Bitcoin.de oder Bison. Ja, die Regulierung ist noch ein Thema. Das ist eher unklar aktuell. Was heißt unklar? Ja, Binance gibt an, auf Malta einen Sitz zu haben. Es ist aber nicht ausschließlich. Das heißt, es ist ein bisschen umstritten, wo sind sie eigentlich, unter welcher Jurisdiktion stehen die. Und daher sind sie auch ein bisschen in die Beobachtung von Politik- und Aufsichtsbehörden gelangt. Wir wissen nicht, wie es damit weitergeht. Wir sind ziemlich sicher, dass Binance weiter existiert. Also die Gefahr, dass Binance quasi abgeschaltet wird, sehen wir nicht. Aber es ist vielleicht ganz gut, wie generell, eingangs schon mal gesagt, die eigenen Coins von der Börse runterzunehmen. Also ich würde da keine größeren Mengen an eigenem Krypto liegen lassen, sondern lieber ins eigene Wallet packen. So, dann haben wir noch einen letzten Kandidaten. Und das ist nochmal ein Exot sozusagen, auch für die von euch, die vielleicht schon mehr Erfahrung haben. Oder sagen, ich will mir das Krypto-Universum wirklich erschließen. Und da kommen wir jetzt zu unserem letzten Kandidaten. KuCoin. Das hier ist ein Screenshot, eine Ansicht von KuCoin. Ihr seht, ähnlich, ein bisschen ähnlich vom Cockpit-Übersicht, wie es bei Binance auch ist. Aber durchaus, das sagen Nutzungserfahrungen, KuCoin ist noch komplexer und noch weniger intuitiv erschließbar als Binance. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch einen Grund, warum man KuCoin hiermit aufzählt. Warum wir das tun, einfach um euch mal die ganze Reichweite zu sagen von bis. Und da gucken wir mal drauf. KuCoin hat ebenfalls eine sehr große Auswahl. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich die zweitgrößte nach Binance, vielleicht nah dran. Auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Coins, auch gerade kleine Coins. Sie kommen aus Asien. Das ist sicherlich nochmal interessant. Das ist ein Exchanger aus Singapur. Man kann natürlich dort auch Euros einzahlen. Das spielt also keine Rolle. Aber sie haben sicherlich einen anderen Fokus. Und deshalb haben sie Krypto-Projekte aus Asien auch schneller mal im Programm, als vielleicht die europäischen oder amerikanischen Exchanger das haben. Und sie haben auch diese Trading Features. Man kann also dort als Trader auch seinen Spaß haben. Allerdings sehen wir auch hier auf der anderen Seite, es gibt eine ganze Reihe Dinge, die KuCoin auch schwierig machen. Es ist eher unübersichtlich. Es richtet sich wirklich an Trader, an erfahrene Trader. Es ist von der Nutzung des Fiat-Geldes auch beschränkt. Das heißt, man kann nicht mit allen Fiat-Währungen und mit allen Mengen dort operieren. Außerdem ist das Thema Regulierung hier eins, was einfach nicht gegeben ist. Es ist also gar nicht reguliert. Das heißt, man hat ja gar keinen Rechtsanspruch bei irgendeinem Verlust. Es ist sicherlich die riskanteste oder verrückteste Variante von denen, die wir euch jetzt hier vorgestellt haben. Ja, jetzt haben wir fünf verschiedene Kryptobörsen-Exchanger uns mal angeguckt mit Für und Wider und wollen jetzt das nochmal im Final ein bisschen zusammen uns angucken. Was sind so die Punkte, die für komplexe oder weniger komplexe Börsen sind? Wir haben nochmal eine Folie vorbereitet, die das ein bisschen zusammenfasst. Die zeige ich euch gern nochmal hier. Und da ist nochmal in der Form der kleinen Übersicht zu sehen, dass Bison und Bitcoin.de natürlich die Einsteiger-freundlichsten Börsen sind. Einfach im Handling, dafür aber auch beschränkter in den Funktionalitäten und in der Anzahl der Coins, tendenziell auch etwas teurer. Bitpanda ist sicherlich eine gute Zwischenlösung, wo man auch mit Einsteigerniveau auch sehr gut und schnell zurechtkommt. Und dann kommen eben die etwas ambitionierteren Projekte wie Binance und KuCoin, wo man eben durchaus eher mit Trader-Erfahrung und mit mehr Eingewöhnungszeit rechnen muss. Letzten Endes, das ist vielleicht nochmal wichtig, dass ich das sage, wir haben weder mit der einen oder anderen Kryptobörse irgendeine Beziehung. Das heißt, wir haben nichts davon, wenn ihr da einsteigt oder nicht. Außerdem entscheidet das für euch bitte selbst. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Mehrwert schaffen konnten. Einfach, dass ihr wisst, worauf könnt ihr euch einlassen, bei der einen oder anderen Börse. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch jede Menge anderer Börsen. Da könnt ihr auch nochmal eine eigene Research auf eine Reihe anderer stoßen. Ich glaube, mit dem Setting, was wir euch hier gezeigt haben, lässt sich schon arbeiten. Aber wie gesagt, wir sind gespannt, was ihr da noch beitragt. Schreibt auch gern in die Kommentare, ob ihr einen anderen Exchanger empfehlen könnt, den wir vielleicht hier gar nicht drin haben. Da gibt es ja noch eine ganze Reihe. Wir freuen uns immer auf den Austausch. Also, danke, dass ihr dabei wart und abonniert den Kanal. Gebt uns ein Like, wenn es euch gefallen hat. Das hilft unserer Arbeit und schaltet wieder ein bei The Real Value Society. Happy Trading!